Ich bin der Jürgen Polas Valtzolo. Ich bin in Kuba geboren. Ich hatte die Nummer, seit ich ein Kind war. Für mich bedeutet diese 13 Nummer sehr viel. Ich identifiziere mich mit der Nummer 13. Deswegen spiele ich mich immer gerne mit der Nummer 13. Mein Vorbild ist Kobe Ryan. Mit meiner Tochter, meiner Familie, meiner Mama, meiner Freundin. Meine Kindheit war sehr lustig. Es war auch etwas anders. Als Kind wollte ich damals Polizei werden, aber mit dem Zeit habe ich schon anders weggenommen. Bei mir, also Latino Musik, der Yankee, der Gasolina. Mein Wünschen ist das Abendessen, also richtig gutes Essen, kubanisches Essen. So Reis, Been, Schweinebraten, Kochbanane und ein guter Wein. Typisch kubanisches Essen, oft. Also ich gehe gerne zu Hause, oder hierher ein bisschen und Kaffee trinken, um Freunde zu treffen, wenn die Zeit da ist. Also chillen. Nach Kuba. Also das erste Mal nach Kuba und danach um wohin? Dubai oder sowas. Solche Spots kenne ich noch nicht. Meine Tochter.